das war es dann schon wieder mit den themen von das war es dann auch schon wieder gesucht werden teilnehmerinnen zwischen 28 genau das steht da gar nicht zwischen 18 und 29 jahren wurde früh schon das ist eine verdammt geile sendung wird weil gestern war ich so unglücklich wenn du davor sitzt und nicht willst was du anmoderieren sollst was soll ich für eine haltung zu einem bus finden jetzt mal ehrlich also gleich geht's los mitte vergangenen jahres wurde ja mehrheitlich im bundestag die ehe für alle beschlossen am montag findet im stadthaus erich kerstner platz eins ein sensibilisieren sensibilisierungsworkshop stadt christian risse empfängt sie dann hier morgen bis dahin tschüss hast aber lange gewartet schweinebacke rosit ist auch so als ob ich ein cii agent bin der jetzt hier gerade spricht also tavi ist ein minimalinvasives katheter gestütztes verfahren zur implementation von biologischen aortenklappenprothesen vor allem zur implementation von biologischen aortenklappenprothesen was sag ich denn implantation was willst ich denn im zur implantation schalten sie wieder ein bis dahin tschüss auch auch Oh!